Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal! Und heute gestalten wir wieder ein paar meiner Animal Crossing Bewohner um. Und ja, diesmal sind es vier Bewohner statt drei, weil es sind ja insgesamt zehn und dann fehlen am Ende nur noch drei. Und ja, ich finde es diesmal wieder sehr interessant und es hat mich gefreut, weil mich ein paar Nachrichten erreicht haben beim letzten Part, dass sie dasselbe auch versucht haben. Und das fand ich sehr, sehr cool, dass ich hier sowas mache, was andere so nachmachen, weil, I don't know. Ich meine, es ist jetzt nicht die krasseste Idee oder so, das haben bestimmt schon Menschen gemacht, aber trotzdem ist es irgendwie süß, wenn man eine Idee hat und Leute machen, dass es irgendwie nach oder so. Und ja, ich habe tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie, ja, also ich habe im Januar jetzt ein bisschen mehr Zeit, deswegen denke ich, werde ich die Zeit nutzen, um ein bisschen vorzuproduzieren. Mich zumindest irgendwie jeden Tag so ein bisschen darum zu kümmern, Videos zu machen, sodass die auf jeden Fall ergeben sich kamen können. Und ich weiß nicht, ist das nächste Woche oder übernächste? Ich gucke das einmal nach, weil es steht eine Kollabo an mit jemandem. Das erfahrt ihr dann noch. Und ja, nämlich am 26. Das ist in anderthalb Wochen. Am 26. Da ist das nämlich so, da kommt ein Kollabo-Video online mit einem anderen Zimmer. Und das haben wir so noch nicht gemacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Die Person ist nicht deutsch, deswegen werde ich da englische Untertitel reinmachen müssen. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Ich habe noch nie Untertitel bei YouTube eingereicht. Ich hoffe, dass das nicht so schwer ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Und ich freue mich sehr. Also, ja, also meinen Part habe ich tatsächlich schon so gut wie fertig. Ich weiß nicht, ob ich so zufrieden damit bin und ehrlich bin. Aber dann hat sie halt das Besseren gemacht. Weil der Kollabo ist ja auch okay. Ja. Also, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ja, hier bei Nora seht ihr, die hat ja eigentlich ein Kleid getragen, hier auf dem Bild. Und ich habe ihr jetzt so ein Overall gegeben, weil ich fand das irgendwie noch ein bisschen passender zu Nora. Weil sie ist ja auch so ein bisschen punkig und so. Und keine Ahnung. Also, dieses Kleidchen, was ich vorher anhatte, das war irgendwie zu süß. Also, Nora ist auch süß so, weil sie ist ja eine große Schwester als Charakter. Aber trotzdem, ja, fand ich es halt passender, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ja. Keine Ahnung, also sie sieht ja auch so ein bisschen rockig aus, so, ne. Und ja, finde ich das halt einfach, wie gesagt, passender, wenn man das jetzt so macht. Und, ja. Und jetzt haben wir ja Huschke. Und da war ich sehr gespannt, weil das ist ja ein sehr beliebter Charakter. Und steine ich mich nicht, wenn ich ihn anders sehe, als ihr ihn seht. Ich finde ihn halt trotzdem sehr, sehr süß. Und, ja. Es ist halt schwierig, das wirklich so nachzustellen, ne. Also, ich meine, das sind halt Tiere. Das ist genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, Bella, was für ein Mensch wärst du denn? Die denkt sich auch nur so. Entschuldigung. Die hat nur ihren Namen gehört und geht dann jetzt wieder. Was ist eigentlich ihre Mission manchmal? Ich weiß es nicht. Also, man wünscht sich manchmal, dass man es wüsste, aber nicht hier und jetzt. Ach, Leute. Irgendwie, es steht so viel auf einmal an und irgendwie auch gar nicht so viel. Und irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, einerseits, also es gibt Sachen an sich zu erzählen, aber die kann ich euch nicht erzählen. Also, das habe ich ja auch schon im Neujahrsvideo gesagt, wo ich mich für 2021 bedankt habe. Dass es halt gerade Sachen gibt, über die ich halt mit euch jetzt noch nicht sprechen kann. Wo ich das erst später machen kann, eventuell. Und ja, das bleibt tatsächlich erst mal bestehen, dieses Thema. Und ich würde es so gerne mit euch so ansprechen. Aber es ist halt einfach nicht so möglich. Und das ist natürlich schade. Ich habe die Tage meinen Screenshot-Ordner ausgemistet. Also, beziehungsweise nicht ausgemistet, sondern ich habe die Sachen sortiert. Also, ich sortiere die normalerweise immer. Denn es ist mir aufgefallen, ich habe ja meine SD-Karte, ist ja SD-Karte? Wie komme ich jetzt auf SD-Karte? Die Festplatte. Da wurden ja die ganzen Sachen runtergelöscht. Dummerweise. Als ich ja die SSD bekommen habe. Und ja, da ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die ganzen Screenshots von Sims gar nicht mehr da sind. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Bin ich ehrlich, diese Sims, also ich verbringe ja schon in dem Sinne viel Zeit mit denen. Also, das klingt jetzt ein bisschen creepy vielleicht. Aber, überlegt mal, ich bin jetzt in Generation 7 in dieser Legacy-Challenge. Zum Beispiel. Und ich verbringe jetzt auch schon fast drei Jahre mit der Baby-Challenge. Also, in dem Sinne, ich habe schon viel und lange mit denen zu tun. Also, da wackeln die einem schon irgendwie ans Herz. Und das ist ja schon irgendwie schade. Also, ich meine, von der Legacy-Challenge poste ich ja viele Fotos. Aber leider auch nicht alle. Und das ist halt so. Also, es hat mich dann schon getroffen, als ich dann gemerkt habe, dass ich die ganzen Fotos nicht mehr habe. Aber, ja. Es ist jetzt auch leider nicht mehr möglich, das rückgängig zu machen. Generell, so ein paar Sachen fehlen natürlich immer irgendwie jetzt, seitdem das jetzt so passiert ist. Aber, ja. Gerade auch mit dem Custom-Content, ne. Zwischendurch, ich suche nach Sachen, die ich mal hatte, aber jetzt nicht mehr. Und die ich aber auch leider nicht mehr finde. Das ist manchmal ein bisschen schade. Aber ich kann jetzt da leider auch nichts mehr daran ändern, ne. Also, deswegen muss ich jetzt einfach damit leben. Bei Katharina habe ich ihr übrigens ihr blonde Haare gegeben, weil sie ja oben so diese blonden Strähnen hat. Aber weil sie ja so oranges Fell hat, habe ich ihr diese Strähnen vorne halt orange gemacht. Weil, ja, sie oranges Fell hat halt. Also, ich fand das halt einfach irgendwie passender, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ja. Also, als hätte ich ihr nur blondes Haar gegeben, das hätte irgendwie nicht gepasst, finde ich. Aber so, ja, finde ich es schon besser. Und ich meine, sie hat jetzt ja keine orange Hautfarbe. Aber, ich habe halt versucht, dass, also ich versuche ja immer die Hautfarbe ein bisschen irgendwie daran zu orientieren, welche Farbe das Tier hat. Und das wird ziemlich schwer im nächsten, also im letzten Part von dieser Mini-Series hier. Weil, da habe ich zwei Charaktere, die halt komplett bunt sind. Also, ich meine, Tristan hier ist ja auch blau, aber da habe ich es einfach auf die Haarfarbe bezogen. Und das komplett bunte könnte ich natürlich in dem Sinne auch da auf die Haarfarbe beziehen. Wäre ich wahrscheinlich auch, aber es ist halt trotzdem irgendwie, ja, also es ist dann schwer, eine Hautfarbe festzulegen, wisst ihr. Aber, ja, ich kriege da schon noch irgendwie hin. Also, es wird auch ein bisschen dauern wieder, also es wird ein paar Wochen wahrscheinlich dauern, bis ich dann den letzten Teil rausbringe. Das ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen her, dass der erste Teil rausgekommen ist hiervon. Also, ja, also ich möchte ja auch, dass es halt irgendwie in irgendeiner Form interessant bleibt und nicht, ja, dass man sagt so, ja, ich habe da gar keinen Bock drauf, so. Deswegen, ja, mal schauen. Ich denke, dass irgendwie nächste Woche oder so mal wieder Lucky Legacy kommt. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Und ich bin auf jeden Fall bereit, damit weiterzuspielen. Also, ich bin eigentlich immer dafür bereit, aber ich weiß, dass ich dafür immer mehr Aufwand betreiben muss. Das ganze Aufnehmen dauert länger und das Schneiden dauert länger und so. Und, ja, ich möchte halt, dass die Parts möglichst perfekt werden, weil, ich weiß nicht, irgendwie dieses Projekt liegt mir irgendwie noch mehr am Herzen als die Baby Challenge. Vielleicht, weil ich bei der Baby Challenge mittlerweile bei 100 Parts angekommen bin und mir so denke, so, passt schon so. Und bei der Lucky Legacy ist es halt so, wuhu, ach, keine Ahnung, ich gebe mein Bestes, ja, also, ich freue mich auch, also, das so machen zu können und bla, 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 bla. Aber trotzdem, I don't know, ich würde gerne das öfter bringen, aber ich habe halt einfach trotzdem nicht, generell jetzt erstmal nicht so die Zeit. Deswegen kann ich es ja eventuell vorproduzieren, jetzt ein bisschen. Das sehen wir dann ja. Und, ja, also, ich bin, wie gesagt, seid gespannt auf dieses Kollabo und diesen letzten Part und, keine Ahnung, ich habe schon wieder so komisches Zeug geredet. Ich weiß gar nicht, was wir hier immer machen. Ich sollte aufhören, Voice-Auber zu machen. Vielleicht, vielleicht bessert das einfach diese Sache. Oder vielleicht mögt ihr es auch einfach so komisch, zugetextet zu werden von mir. I don't know. Wir sind hier jetzt schon lange in diesem Outro-Screen, deswegen möchte ich mich jetzt einfach verabschieden bei euch. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss! Tschüss!